Meine Damen und Herren, der Bundesrat hat sich heute mit der eidgenössischen Zollverwaltung befasst und mit der Weiterentwicklung der eidgenössischen Zollverwaltung. Wenn Sie die letzten Jahre Röwy passieren lassen, dann stellen Sie fest, dass in unserer Gesellschaft sehr viel ändert. Und die gesellschaftlichen Veränderungen, die stellen wir in der Regel zuerst und sofort an der Grenze oder im Zollbereich fest. Wir reagieren mit dieser Reform, mit dieser Weiterentwicklung der Zollverwaltung darauf, dass wir mit den gleichen Ressourcen die gestiegenen Anforderungen entsprechend erfüllen können. In der Geschichte besteht die Zollverwaltung im Wesentlichen aus zwei Silos. Das eine Silo ist das Grenzwachkorps und das zweite ist der Zoll. Das sind Gefäße, die miteinander korrespondieren müssen, um effizienter zu werden. Wir haben jetzt eine Monopolausbildung Grenzwächter, eine Monopolausbildung Zöllner und wir streben ein gemeinsames Berufsbild an. Und in diesem Weiterentwicklungs- und Reformprozess geht es darum, sich auf die neuen Herausforderungen, die relativ rasch wechseln und grosse Heifung mit sich bringen, einfach adäquat reagieren können. Das ist eine große Herausforderung, die wir auf den Weg sind.